Ein paar Ewigkeiten. Ein paar Vertrautheiten. Ein paar Sinnlichkeiten. Sie sind prominent und möchten trotzdem einen Partner auf Augenhöhe finden? Ich kann mich noch gut erinnern, wie verlassen ich mich gefühlt habe. Geliebt von den Massen, aber einsam im Herzen. Prominentenpartner.de hat die Jahreszeiten komplett durcheinandergewirbelt. Bei uns gibt es jetzt viermal Frühling im Jahr. Bei Prominentenpartner.de haben sich bereits tausende prominente Paare gefunden. Wenn auch Sie prominent sind, dann helfen Sie doch Ihrem Herz auf die Sprünge. Sagen Sie der Einsamkeit Adieu und lösen Sie jetzt den Fahrschein in ein neues Leben. Prominentenpartner.de Und Sie sind nur einen Klick vom Glück entfernt. Abonnentenpartner.de